What? Was ist hier passiert? Wieso? Wo ist mein Hocker hin? Wieso ist deine Plattform? Ich hab ja gar nichts mehr gekauft. Was, mein Bruder? Was ist hier los? Hat das irgendein anderer Player gemacht und das hat sich irgendwie mit meinem übersprungen? Aber ich denke, es hat sich überlappt mit einem anderen Player. Jetzt ist alles wieder weg.